In diesem Video geht es um das Charity Streaming Event Streaming with Heart. Dieses sammelt seit 2017 einmal im Jahr Geld für die deutsche Krebshilfe. 2017 sind insgesamt 15.000 Euro, 2018 sogar 56.000 Euro zusammengekommen. Dieses Jahr hatte man vor an 31 Streaming Tagen insgesamt 100.000 Euro zu sammeln. Ein ehrgeiziges Ziel. Streaming with Heart hat dafür eine Abmachung mit dem Zahlungsdienstleister Tipi Stream getroffen. Bei einer Spendensumme von bis zu 100.000 Euro übernimmt Tipi Stream alle Transaktionskosten. Laut deutsche Krebshilfe lag 2018 der Anteil an Transaktionsgebühren von Streaming with Heart bei 2,79%. Am 17. Januar startete dann das Streaming Event. Es dauerte aber nicht lange, bis sich ein Shitstorm entwickelte. Der Streamer Stay kritisierte in einem Steam vor ca. 5000 Live-Zuschauern Streaming with Heart. Dies führte dazu, dass der Charity Stream am 20. pausiert wurde. In einem Statement sind dann die Organisatoren auf die Kritik eingegangen. Sechs Tage nach der Pausierung wurde dann offiziell bekannt gegeben, dass das Event für dieses Jahr beendet wird. Ausschlaggebend war das Streamers Day. Dies hat viele wütend gemacht. Der Journalist Tobias Huch hat beispielsweise auf Yahoo Nachrichten ein Artikel über das Thema geschrieben. Herr Newstime hat ihn daraufhin interviewt. Der Artikel und das Interview sind mir persönlich zu einseitig. Stays Argumentation überhaupt nicht zu berücksichtigen und nur zu sagen, Stay hat ja keine Argumente, reicht mir nicht aus. Gerade für einen Journalisten mit viel Erfahrung. Und Herr Newstime, der steht nach eigener Aussage im Interview noch ganz am Anfang seiner Recherche. Schade eigentlich, da das Thema leider deutlich komplexer ist, als im Interview dargestellt wird. Stays Hauptvorwurf gegen was Streaming with Heart war, dass der Spendenprozess der Intransparenz sei. Gerade hinsichtlich des Zahlungsdienstleisters TipiStream. Seiner Meinung nach sei dieser Donation Service für Share-Aktionen nicht der richtige. Er sprach darüber auch mit einem Mitarbeiter von TipiStream. Dieser sagt in einem Interview mit Stay, dass er auch nicht versteht, wieso Streaming with Heart mit TipiStream zusammenarbeitet. Immer wieder sprach Stay den Fall einer Spende mit Paysafecard an. Dabei seien die Transaktionsgebühren meist ca. 49% hoch. Zahlt TipiStream auch diese extrem hohen Transaktionsgebühren? Ebenfalls kann man Streaming with Heart für 5$ auf Twitch-Suscriben. Er fragte die Organisatoren, wie viel von diesen 5$ bei der Deutschen Krebshilfe ankommt, weil Twitch auch an diesen Subscriber verdient. Bisher kam leider keine Antwort. Er bemängelte auch, dass es so kompliziert sei, Spendenquittungen zu bekommen. Die Art und Weise, wie Stay in seinen Streams über Streaming with Heart gesprochen hat, hat vielen nicht gefallen. Nicht zuletzt, weil auch wegen ihm das ganze Vorzeichen beendet wurde. Teilweise ist Streaming with Heart in ihrem Statement auf diese und weitere von mir jetzt nicht genannten Vorwürfe eingegangen. Teilweise jedoch leider auch nicht. Auf die Ankündigung, dass sie Rückfragen gesammelt beantworten, ist jetzt, fast zwei Wochen später, immer noch nichts gefolgt. Hinter dem Projekt steht laut Tobias Huch ein 19-jähriger Berufsschüler. Dieser hat das Projekt 2017 gegründet. Im Laufe der Zeit bildete sich ein Team um ihn. Man war sogar dabei, einen Verein zu gründen. Es lief aber hinter den Kulissen des Streaming-Events leider nicht alles perfekt. Der Streamer hervorragend war für die Sponsorenakquise und Eventplanung zuständig. Er veröffentlichte jetzt eine Stellungsnahme zu der ganzen Thematik. In dieser kritisierte er stark den Gründer. In Zeiten des Shitstorms habe er komplett alleine gehandelt. Er schrieb dazu, durch eine Person stand das ganze Projekt einfach auf der Kippe und uns ging die Energie aus, als dass wir weitermachen konnten. Drei Leute haben versucht, den Schlamassel einer Person auszubügeln, während dieser einfach alleine im Namen des Projekts handelte. Beispielsweise hat der Gründer wohl das Statement ohne das Wissen des Teams veröffentlicht. Aber doch auch eine sehr erfreuliche Nachricht findet man in dem Statement. Was ich aber verdeutlichen möchte, wir haben unter anderem Einblicke in die Konten von Tipi und PayPal erhalten und konnten sehen, was an Zahlungen rein und raus ging. 2017 und 2018 wurden knapp 71.000 an die Deutsche Krebshilfe abgeführt und es entstanden ca. 350 Euro an Kosten für Webserver, Domain und Event drumherum. Es gibt und gab keinen Betrug. Die Summe, die durch die angegebenen Quellen reinkam, ging auch abzüglich der genannten Kosten an die Deutsche Krebshilfe. Das gleiche schrieb auch die Deutsche Krebshilfe in ihrem Statement. Sie bedauern den vorzeitigen Abbruch, zeigen aber auch Verständnis. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war eine Menge Arbeit, alle Informationen zusammenzutragen. Ich hoffe, ihr habt keine Fehler gemacht oder etwas vergessen. Wenn schon, dann könnt ihr mich ja in den Kommentaren darauf hinweisen. Zum Ende möchte ich auch noch sagen, dass man natürlich auch ohne Charities-Steaming-Events spenden kann. Einfach auf die Website einer Spendenorganisation gehen und spenden. Ich habe euch in der Videobeschreibung einfach mal die Deutsche Krebshilfe verlinkt. Jeder Euro hilft. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über eine Bewertung würde ich mich freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.